hallo meine fremden wir kommen wir jetzt in einem video heute geht es immer nach wenn zwischen part 2 wünsche viel spaß bei disney link wenn es in der video beschrieben frohe und angenehme advents hat euch an euer dinge sind ja viel spaß man schon gut dass er heute an part 2 ist werden wir verschiedene playlisten von a bis z verwenden gut und damit besseres wlan haben und internet ist es noch besser ja okay wir verwenden das ja star wars 15 aufrufe zwischen das und das hier das wenn man öffnen verwenden viel spaß man schon gut so und so viel aufrufe am 18 7 19 hochgeladen also letztes jahr ist immer laufen lassen neuer dinge sind ja viel spaß man schon gut so selbst wenn man es ungefähr da bei der stelle wird weiter kommt so selbst das ist aber nur die version von darf wieder die traum das und er ist eigentlich schon die über das ist eigentlich gar nicht mal so schlechte ich komme dich holen wenn heißt es auf deutsch das ist eigentlich nicht nur ganz gut eigentlich näher und mit 2k display ist es noch besser ja das ist schon ganz schön safe ne ja mein lichtschwert kann ich auch werfen ne in einem 90 grad winkel oder 180 grad ne das ist aber nur die traumversion das ist nicht real wusch das todry schon mal ein bisschen vor ja deutsch spießt ja 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 sing ja wir machen ja 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 wenn es halt gefällt dann auf jeden fall ne gut so dann kommen wir jetzt zum nächsten video und zwar rvd 2 rain versus dogman 2 hd zehn minuten das immer auch laufen lassen neuerdings spaßmann anschauen gut wird selbst so und so viel aufrufe am 20 12 8 hochgeladen dinge sind ja viel spaßmann anschauen gut es müsste eigentlich gehen dann können wir mal schauen ob das musik in video hat ich glaube man nicht das ist geil vor zwölf jahren 2008 2007 gibt es ja schon youtube oder vier ja ja beiden letzten jahren die alle jahre wieder auch alle jahre die advents 1234 dieses jahr ist mal vier letztes jahr waren es bei drei und vorletztes jahr gab es überhaupt nicht weil ich mir dieses jahr auch eine liste erstellt habe ich das ganze finanzielle oder machen mit den videos von da bis da von da bis da und von da bis da fighting on 90 grad drehung und die videos kam ja bis jetzt immer sehr gut an mit den aufrufen auf jeden fall ne minuten sind so wahrscheinlich wieder sehr gut muss eigentlich so lange gehen aber dass ich mal ein video aufgenommen habe das sieht schon ganz gut aus na gut unter der woche wenn du arbeiten gehst hast du so gut wie wenig zeit oder wenn du gerade nur irgendwo hin muss mit einkaufen oder irgendwas ist auch blöd ne ich spiel dich mal ein wenig vor so aua es kommt mir gar nicht mal so alt vorne ist wahrscheinlich in hd oder full ad aufgenommen da gab es damals noch nicht so oft aber heutzutage mit hd 4k full ad hd sd ist ja heute eine riesengroße auswand das darf nicht sein der fehler jetzt ist weg manchmal wenn du das video öffnest bleibt da immer so ein kleines viereck noch im eck drin stehen und das ist immer nervig na ja läuft doch ganz gut warum denn nicht das ist selbst produziert na ja wenn es halt gefällt dann auf jeden fall ne gutes ja dann kommen wir jetzt zum nächsten video und zwar 8 minuten 10 und zwar der final les ne wie heißt es noch mal ach so 8 minuten 10 und zwar die feine lace battle star wars fanfilm das werden wir auch verwenden neue dingens viel spaß man anschauen gut selbst ja überspringen gut so und so viel aufrufe am 17 zweiten 16 hochgeladen das mal auch laufen lassen viel spaß gut der sound hört sich auch jetzt ganz gut an die ja so gut an der ja so wir dinge 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 Wir können nicht ihn stoppen. Wir haben dich verloren. Ich fühle dich. Der weiß, wo sie ist. Zifflord mit zwei Schwertern. 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 So kann man auch jemanden killen. Warum denn nicht? Zifflord mit zwei Schwertern. Zifflord mit zwei Schwertern. Zifflord mit zwei Schwertern. Mitten ins Gesicht. Warum denn nicht? Ich finde es gar nicht mal so schlecht, wie die das produziert haben. Mit viel Arbeit und Geld kann man heutzutage alles machen. Geld rührt die Welt. Zifflord mit zwei Schwertern. Zifflord mit zwei Schwertern. Warum denn nicht? Ja. Ich bin doch nicht. Ich bin doch nicht. Daher geht's mit zwei Schwertern. Warum? Daher geht's. Sie haben mir alles gegeben, nur nichts mehr gegeben. Jetzt rastet er aus. Naja, wenn's halt gefällt dann auf jeden Fall, ne gut. So. Ja, so, dann kommen wir jetzt mal zum nächsten Video, bevor es ja wieder zu lang wird, ne? Was könnten wir verwenden, ne? Genau, nehmen wir das hier. 6 Minuten 11 und zwar Star Wars CS, ne. 6 Minuten 11 und zwar Star Wars SC 38 Remaked. Müssen wir auch laufen lassen, aber ihr Dingsen. Ja, viel Spaß beim Anschauen, gut. Self. Sie bringt uns zu... Ja. Naja. Die Werbung interessiert keinen, ne? Nervt langsam. Nur noch hier Money Money Cash zahlen, ne? Das ist unsere Natur. Und das ist ihr Bier. Mein Bier. Eine Perle der Natur. Ja. Schauen wir mal, aber nix von Musik, das ist gut. So und so viel Aufrufe am 8.05.19 hochgeladen, dass wir mal auch laufen lassen, neue Dingsen. Ja, viel Spaß, gut. So. Hier geht. Das ist auch so ein Fernfilm, das habe ich mir schon zigtausend Mal angeschaut. Der ist gar nicht mal so schlecht, wie der aussieht, ne? Warum denn nicht, ne? Die Special Effects bei diesen originalen Kampfen, ne? Die waren nicht so sonderlich gut, aber beim Remake, das ist besser. Das ist viel besser. Das ist Recht bei ihnen, die Geist auseinale Kampfen, ne? Die Umgebung der Welt hat ja so weit im Auslahmisten. Der will ja. Er ist nicht so. Und um die Gefühle der Welt. Das ist auch nicht so. Das ist doch eine Schöpfung. Das ist ja. Die Gefühle der Welt ist. Auch noch mehr die Gefühle der Welt. Und der theyik. Der Land hat ja auch woanders. Wenn du mich schlägst, werde ich mehr Powerful sein, als du möglichst. Und ich zeige dir die wahrheitliche Natur. Also wenn das nicht läuft, dann weiß ich auch nicht, na auf jeden Fall nicht, oder? Lies, komm mal. Na ja, so ist das Leben dann. Auf jeden Fall, du kannst du da, du kannst. Lies, komm mal. Wof! Chut! Naja, wen es halt gefällt, dann auf jeden Fall ne gut, so. Ja, dann kommen wir jetzt zum letzten Video in der Playlist, weil ich will noch ne andere Playlist machen, bevor es wieder langweilig wird. Ja, okay, 17 Minuten 49, und zwar darf Maul Enquance R Star Wars Fan filmen, den wir auch verwenden, neue Dingsen, ja, viel Spaß, gut, wunderbar, gut, so, und so viele Laufrufe am 5.3.16 hochgeladen, das haben wir auch laufen lassen, ja, viel Spaß, gut. Immer wieder gerne, Usch. Doppelklinglichtschwert oder Doppellaserschwert, das ist immer gut, ne? Flatsch. Warum denn nicht, ne? 2K Display, die Minuten sagen auch was Gutes, so muss es laufen, der Banat, wenn Special Part 2, Part 2. Ja, das ist ganz gut. Da kommt die Verstärkung. Welchen? Ja. 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 Zwei Lichtschredder gegen zwei, wird ja immer besser, ne? Ja, das hier läuft's. Warum denn nicht, ne? Ja, das hier läuft's. 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 Ja. Na? Ja. Ja. Ja, das hier läuft's. Ja, das hier läuft's. Ja, das hier läuft's. Ja. 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 besser oder wo ich auch meistens immer erstrecke wenn die von der ecke oder von vorne oder hinten kommt da zucke ich immer so leicht zusammen und auch mein gott aber naja es läuft es läuft es läuft das läuft feind erledigt für den erdbos preise den erdbos so muss laufen ja aber die nächsten star wars offline battles sind auch wieder am start die werden wahrscheinlich auch noch im lauf der zeit kommen wenn ich halt hier zeit haben 3.0 also special volk und 3.1 wird wahrscheinlich auch noch kommen vor den ganzen weihnachts gedödel war schauen wie ich halt zeit haben das ist eigentlich ganz gut passiert dort noch was oder passiert nix naja warum denn nicht ne laufen muss es so oder so ne das ist ja echt nix bisschen vorspulen das ist aber schon der neue truppler ne der chat truppler der ersten ordnung keine ok 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 dann kommen wir jetzt zum letzten video in dieser playlist und zwar ja 38 minuten vier und zwar star wars offline battle 2.3 das werden wir auch laufen lassen neuerdings und ja viel spaß gut wunderbar gut 13 aufruf am 11.4 dieses jahr ist hochgeladen das werden wir auch laufen lassen neuerdings und ja viel spaß gut so da war es noch nicht erkannt aber bei einer anderen schon ne das check ich an diesen komischen gema und urheber rechtshalte zum nicht so so glaube ich in full ad weil der andere hat 4k bei mir das sieht schon ganz gut aus ne wie die alle rein und raus rennen und das stützpunkt zu verteidigen ne das ist ja immer ganz schön safe ne naja so muss laufen ich sehe immer während des videos stören muss ne das nervt mich auch ne ah der todesrufler das ist auch ganz gut ne ja ich sehe dort noch was hier ja action one please ne naja gut so 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 Vielen Dank.